guten morgen freunde einen schönen sonntag gewünscht ja auch im flachland schneit es aber das bleibt nicht liegen weil unsere böden die sind noch nicht so gefroren wie die im oberharz also noch keine panik auf der titanic wenn wir mal hier ein bisschen schöner kontrast habe es um 12 soll es laut wetterdienst schneien